Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X2 mit dem Gecko-Climber. Wir sind hier in der letzten Folge, ja, am Ende von Kapitel 3 und am Anfang von Kapitel 4 stehen geblieben, haben Ixium besiegt und eine ziemlich abgefahrene Zwischensequenz hinter uns gebracht. Wir wollen einfach mal schauen, wie es weitergeht. So. Okay, wir sind wieder an Bord der Celsius. Juhu, okay, alles was abgefahren war, haben wir jetzt erstmal hinter uns. Jetzt schauen wir mal an. Wir haben es zurückgeschafft, irgendwie. Komm, wo ist es? Juna, wenn man etwas hat, dann muss man sich überwachen und nicht mehr leben. Das ist eine große Bedeutung, oder? Ja. Naja, es gab keine Informationen, also. Ich habe eine Anlage in die Sphäre, aber es gab keine Rolle. Das war noch im Test. Und was? Wir haben es aus der Ruin gekriegt. Wir haben es in der Ruin gekriegt. Dann haben wir den Ruin gesagt, dass die Ruin der Ruin gesagt hat. Die Ruin der Ruin des Dresphia. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht sagen kann. Soll ich nicht sagen, Ruin! Ich habe einen Ruin gesagt, dass die Ruin der Ruin gesagt hat. Was ist das für mich? Wir müssen die Ruin und die Kippel machen. Wir müssen die Ruin und die Ruin verletzen. So, und Payne ist jetzt gerade eben da weggestiefelt. Heißt das, was Xinyut ja auf Trinkidegas-Heroiden war? Knöpfen wir uns Xinyut vor? Ja, den werden wir. Ich will's nochmal schauen, hast du noch was zu sagen? Xinyut wird gerade vorbereitet. Xinyut werden uns ein sauberes bisschen etwas fein justieren. Alles klar. So, und wo ist jetzt eigentlich Xinyut verschwunden? Payne, wo bist du? Er hat sich gerade geklappt. Jetzt rennt sie wieder weg. So, jetzt gehen wir mal gucken, wo die Payne sich dahin geschlichen hat. Hey, hey, hey. Moment, wenn wir, ähm... Neues Kapitel heißt... Neue Truhen im Maschinenraum. Ich, ich, ich. So. Ja, hier ist ja kein... Das sag ich, genau. Heilmittel. Zweimal Drobo-Äther. Sieben Phönix-Feder. Ja, die haben wir doch verbraten. Kommt noch ein paar Äther. Ah, acht Hypo. So, wir glauben, wir haben nur einen Äther verbraten das letzte Mal. Von daher bin ich ganz zufrieden. Hatten die ja bei Ixion ordentlich aufs Maul geschickt damals noch. So, okay, wenn sie da nicht ist. Wir gucken uns mal nochmal die Außensee-Außendeck an. Ich gehe davon aus, dass die Payne in den... In den Quartieren rumhängt. Ich glaube, der das... Oh, doch, die steht hier rum. Gut. So, jetzt will ich wissen, wer du bist. Du hast so viel nicht erzählt und wir wissen gar nichts über dich. Du hast so viel gehört. Akagi war nur zwei Jahre, als Ebon-Diain-Support zu entspannen, die durchsetzte Verwaltung auf den Weg gebracht hat. Und sie war dann die Abwürdigung des Stadts, um den Gewalt zu hören. Was? Wir haben es so gemacht, dass wir die Abwürdigung von der Abwürdigung waren. Es gab eine Verwürdigung, und sich alle zahlen. Es wurde auch so viel abschneiden. Es gab so viele Dinge. Ich verstehe nicht. So, die haben alle mal zusammen gehört. Oh! Was ist das? Ich dachte, ich wollte es erzählen. Wirklich? Es ist ein Geheimnis. Wirklich! Sie waren so schön, sie waren. Sie haben immer noch die Vergangenheit. Sie wollen oder nicht zurückkehren. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht. Wenn er es denn wirklich war in dem Sphäruiden. Wir haben jetzt ja schon so einiges erlebt. Aber gut, können wir uns denn die Sphäruiden jetzt angucken? Das schreit ja nach neuen Kostümen für uns, beziehungsweise wahrscheinlich nach einem neuen für uns und einem neuen Kostüm für Pain. Das geht jetzt mal aus. Wann spricht die Albed? Yuma. Und was gibt's neue Brüderchen? Was treibst du denn für komische Sachen? Unsere Unterhaltung bleibt geheim, okay? Ja, alles klar, alles klar. Ja, Mövenpack auf erneuert. Danke, Junchen. So. So, 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 amiru. Äh, ja bitte, das Spherophon-Netzwerk. Jetzt wird's spannend, also, ähm... Ich versteh grad irgendwie nur die Hälfte. Also. Was ist denn jetzt hier los? Ah, okay. Aber ansonsten ist hier nix. Gar nix. Ist hier drüben noch was? Uh, die Kamera schwenkt echt langsam. Okay, hier war nichts. Ähm, in der Mierenstraße haben wir nix, aber hier können wir, glaub ich. Hier ist kein Spherophon. Alles klar, okay. Ah, dann haben wir ja nur vier Orte, an denen wir gucken können. Und Kilika geht wahrscheinlich grad richtig der Punk ab, so wie ich das sehe. Irgendwas tut sich hier grade, ja. Die läuft. Also, ich bin's nicht. Ich bin unschuldig. Was auch immer passiert, ich bin unschuldig. Äh. Oh, Donner. Hast du's bitte nach Hause genommen? Oh, ich bin's. Da ist nix mehr. Und da ist nix mehr. Dann am Funguspass. Da wird wahrscheinlich jetzt auch grad die Hölle los sein. Zumindest mal gehe ich davon aus, dass da gleich die Hölle losbricht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Die machen hier gerade mobil, ohne zu wissen, ob die überhaupt... Oh je, mene, Leute, ihr rennt hier in den dicken, fetten Konflikt rein und... Ach, wie will. Die werden wahrscheinlich genau das Gleiche nur umgekehrt sagen. Oh, die machen mich wahnsinnig hier, echt. Mit Diplomatie ist ja echt nichts zu holen. Querköpfe. Was treiben die? Die rennen hier alle. Das war's. Evon ist gut. Die Bewerbungen sind gut. Ich bin so ein Mensch, als ich. Ich bin so ein Mensch, als ich. Ich bin so ein Mann. 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 jetzt nach Besaid. Da war es aber, glaube ich, ruhig, wenn ich es noch richtig weiß. Ja. Hier ist alles schön und ruhig und gemütlich. Oh mein Gott. Wir müssen hier wieder überall Feuerwehr spielen. Na, das kann was geben. Die haben echt ein Rad ab hier. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, jetzt ist es jetzt hier an die Kaum sind die Radbühre weg, schon herrscht das Chaos. Wenn jetzt Vengagand auftaucht, nicht auszudenken, ja. Koppelchen, was machst du denn hier? Vengagand und Baralai sind nicht zurückgekehrt. Das sind die Kippel, die nicht zurückgekehrt. Die größte Gruppe der Leiter haben alle geblieben. Die nicht wissen, dass die Koppel sind, haben keine Angst oder Angst. Die Gruppe der Gruppe die Berlus herausgefahren sind. Die submerge werden die Koppelchen. Und dann können wir nur die Koppelchen. Das ist wohl der Leute der Koppelchen. Die Koppelchen, die viel weg die Koppelchen. Sie bekommen zum Beispiel das. Es ist mir genug, nicht so optional. Dann können wir das, was ich tun. Das war ein Einer-Serie. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde命 und die Spira zu retten. Das ist nicht so. Ich denke, dass ich es nicht so kann. Zum Beispiel? Wenn man nicht mehr ist und Spira ist, dass man sich nicht mehr so fühlt. Ja, das ist nicht so. Das ist nicht so. Und was ist das? Was ist das? Kann man singen? Das ist das! USSO! Die Yuna bei Hüte und ein Handwerchen aus der Kürten zu tun! Das ist wirklich gut! Ich habe den Gen targeting von mir gemacht. Entschuldigung! Okay, ich mache Concert! Ich bin und ich bin der Deutsche. Wer ist denn hier? Das ist das Liedkugger. Die Kämüme-Den! Ich gehe welche! Gehen! Gehen! Nein, wir müssen jetzt zum Illuminum. Da fliegen wir jetzt auch noch schwind hin. So weit kommen wir noch, glaube ich. Jupp. Kumpelchen bereit, Topli zu suchen. Jawoll, tun wir das doch mal. So, findet Topli. Ein Konzert ohne Topli. Wer in Erwerbung macht, kann Yuna Kanspiral mit ihrem Aufwind ihren Bann ziehen. Jupp, das habe ich jetzt auch vor. Oh, müssen wir jetzt. Findet Topli und bitte ihn um Hilfe bei der Veranstaltung. Das haben wir doch das letzte Mal schon so aufs Maul gekriegt. Nein, den habe ich nicht gesehen. Ich muss schnell mit Topli zu treffen. Nein, ich will irgendwo speichern! Ich will nicht aufs Maul kriegen hier. Wir suchen Topli, bei dem weiß man nie, wo er sich versteckt hält. Moment, hier drin ist doch jemand. Warte, warte. Du hast doch nicht Topli gesehen, oder? Ich habe Topli gesehen, dass Topli hier drin ist. Da kann man nicht in einem Zeitpunkt immer nochmals aufs Maul nehmen. Oh, nein. Und das ist so, wie das ist. Nimmt's! Ähm. Können wir das Ding hier benutzen? Nein, natürlich nicht. War hier noch irgendwas? Ich hoffe, dass du das nicht aus dem Maul guckst. Ich bin auch gut, aber... Ich glaube, ich verkrümmel mich mal lieber. Komm schon, Leute. Hau mal ab. 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 Riku? Was dauert das so lange? Oh, Mensch, ihr macht mich hier fertig, Mädels. Ihr macht mich hier gerade echt fertig. Nochmal so zur Info. Oh, Gott. So. Antidot. So, jetzt will ich erstmal nochmal kurz gucken. Wir haben da noch tolle neue. Was war das hier? Fest wie ein Feld. Abwehr plus 15. Schlecht, nicht schlecht. So, was haben wir denn noch gehabt? Rastlose Abwehr. Ah, das war auch wieder so einer. So, und jetzt will ich gerade nochmal kurz auf die Abilities meiner Leute mal gucken. Und er bricht die Vorbereitung. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Weil wenn ich den Käsezieher dann mal benutzen kann, könnte ich meinen Gegner quasi ein wenig, äh, ja. So, okay. Ansonsten geht es uns soweit ganz gut. Hier brauchen wir auf jeden Fall was gegen Gift, habe ich gemerkt. Verhindert stumm blind. Äh. Ich weiß immer noch nicht genau, was ein Umkleideschutz ist. Okay. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. So, was haben wir denn hier denn noch? Wie hieß das Ohr? Engels Ohr. Oha. Ich habe hier glaube ich schon so viel Zeug gelesen dahinter. Haben wir hier noch was Tolles? So. Hitzering blind, äh, One-Foot-Tob-Sucht, Doppel-DMP zuvor erhöht die Zauberwirkung, Magie, Angriff Verschlaff-DMP. Notsituation, nein. Ich will keine Noten. Not, hast. Konntest du blind. anhalten der shell auch nicht schlecht so lass ich dich jetzt mal noch den ähm verhindert gibt es schon mal gut was mache ich mit der pain ich glaube die wollte ich ja manchmal noch dahin mal noch packen ein hinterhalt sobald so einfach die waren ja mal gemütlich hier das habe ich gerade gefragt oder hinten läuft da den holen wir uns gleich okay aber das war meine nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen ich bedanke mich fürs zuschauen und würde sagen bis zum nächsten mal bis